Hi Internet und Wir rufen den Aufzug Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf Hoffentlich geraten wir an so einen Narren What? Komm Noo! Wann nicht die Kombination? Jesus Christ Das könnte es sein Was? Ah das hier aber so blink? Natürlich Wieso warst du so scharf darauf Schlösser und Coats zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen Vermutlich Und ich lass mich nicht mehr einsperren Book Oh Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ich bin nicht hier Es ist gut Es ist gut Okay. Was nein? Echt? Okay. Push it! Oh oh. Oh. Sieh mal. Die Vox nehmen hier alles auseinander. Oh. Komm mit. Ich weiß genau was ich tue. Ich schlachte dich auf. Es dauert noch ein wenig. Na mach nur. Lass dir Zeit. Na dann. Bitte sehr. Dankeschön. Wollte ich ja nicht. Noch eine Panzerfahrt. Ausgelöst. Oh shit. Dankeschön. Bleib hier. Hat keine Ahnung was passiert. Ich zeige mal, ich stehe aus. Das ist ja echt Zeit. Los. Schon dabei. Na dann. Gegen jemand. Gegen jemand. Ach hier oben. So. Das ist kein Ding. Ich sehe auch nichts. Dann sind wir schon zu zweit. Mach das auch mal. Oh, im Kampf geht das nicht. Erst alle töten. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh shit. Wow 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 wow. Panik. Oh, er ist ein. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ha ha! Ich bin der Weiss, oder? Ich bin der Weiss. Warum? Vorsicht, Lissi! Jetzt habe ich keine... Ja, dann. Oh, okay. Das habe ich jetzt... Oh, danke. Oh, hi! Tanz! Nein! Boah! Nein! Haha, Atios! Oh, shit! Oh, Mama! Oh, das ist nicht gut. Tschüss! Komm her, komm her, komm her, komm, 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 komm! Ah, der macht die dieses Ding! Oh, da, der macht die diesen Ding! Ah, ich bin nicht gut. Ich suche nach! Oh, shit, oh, shit! Oh, shit, oh, shit! Stirb! Bitte, 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 bitte! Bitte, bitte, bitte! Keine Munition! Keine Munition! Keine Munition! Keine Munition! Keine Munition! Lass mich... Nein! Danke. Oh! Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Ich hab keine... Nein! Gott! Nicht sterben. Ich hab' ich geck' zuck. Aber warte. Okay, ich vergesse immer, dass die in den Tod sind. Hätt' ich wieder beliebt werden. Oh, Gott. Oh, Mann. Ich hätt' es doch fast ohne Abkratzen geschafft. Oh, no. Oh, no. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Okay. Freunde? Was ist das für mich? Ich hätt' ich nicht mehr... I don't care. Oh, huh! Oh, shit! Oh, fuck. Viel gedrückt, noch einmal! Gott. Ich muss... Ich muss... Ich muss... Müss... Röder? Ich hab' nicht aktiviert, was soll's, oder? Let me think. Lass mal sehen, was du hast. Nichts für mich. Ich hab' nicht... Ich hab' nicht geliebt. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Ich hab' nicht geliebt. Ich hab' nicht geliebt, aber Sand. Oh. Woi. Alles, was ich nicht aufgehoben habe, verdammt nochmal. Das ist ja überhaupt kein Problem. Puh, okay. Voll wie ein Alkoholiker. Dankeschön. Was sieht ich jetzt noch? Sagt es, voll wunderbar. Mach das mal auf, bitte. Dankeschön. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Alles wird gut. Hm, Manni. Blinke. Niemand verwehrt. Und hier ist das Geheimnis mit der Mülltanne. Verdammt. Ein Codebuch. Wo wohl die Schäffre ist? Ja, verdammt. Wenn ich das wüsste. Oh, mehr Lockypicks. Okay, Picks. Okay, gut. Let's go. Entschuldigung. Oh, schüt. Au. Tut es gut? Hey, supi. Danke sehr. Muss er sich vor mir in die Luft springen, der Idiot. Da bin ich echt nicht nett. Nicht einatmen. Hinten blickt. Warte kurz. Liesel. Liesel. Hier auf. Ja. Ja. Bitte aufmachen jetzt. Mal sehen. Fertig. Dankeschön. Sehr nett. Das war's. Ne, hier ist ne. Oh, ja. Das ist eine Fusion. Nehmen wir jetzt ne Schiff. Perfekt. Ich hab Geld gefunden. I'm amused. Schätze, du weißt, wohin. Oh, jetzt hab ich den zurück zum Absender. Okay. Such die. Kräfte, die ich alle nie benutze. Press to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Okay, let's try, oder? Liesel. Oh, shit. Oh, shit. Boah. Oh, hier. Oh, ne. Nicht gut, huh? Er hat schon mal Kopfschmerzen. Du musst mir jetzt aufkehren. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Geht ihr denn hin? Oh, shit. Du kehrt hier noch immer weiter. Das ist ja unfassbar. Ich hab doch alles in der Kontrolle, ich hab gar nicht so eine Kontrolle, hilf mir! Bitte, bitte, bitte! Ich meinte, ich hab alles in der Kontrolle. Ich sage dann... Oh, du bist zu. Wie meine ich das auch so? Keine Lernversprechung. Gott sei Dank. Money for me. Oh, oh. Dankeschön. Uff, das war knapp. Es ist ihr zu Hause. Wer will nicht sie so schnell? Easy. Easy going. Just a little blinky blinky. Oh, warte. Auf der anderen Seite. Hier ist etwas Geld. Moment. Keine Panik jetzt. Niemand hat Panik? Schwierig? Ah ne, das geht runter. Wollen wir rüberspringen? Du zuerst. Liesel. Warte. Und... Go! I did it. Oh, girls, just one and a half. Das haben wir auch noch nie gehört. Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Ich bin schon wieder hier. Au! 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 Go! 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 Okay, nun. Liedel. Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Oh-oh. Da. Geht klar. Diese Silberegels können Wert verlieren. Aber Gold ist weltbeständig. Oh-oh. 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 So, ich denke wir machen mal kurz hier. Oh, oh. 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 Oh-oh. Oh. 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 Nochmal. Da hab ich selbst geplündert. Das musste sein. Immer. Ich bin ein Reich. Malweilen. Reich an. Okay, komm ich hier rein. Sieht gut erhalten aus. Wie? Es muss doch einen Weg geben, oder? Verdammt. Ich sollte mich jetzt trennen. Ich war... Moment. Ja, hier muss es einen Weg geben. Hier blinkt... Jesus. Wie? Machst du was? Shit, was ist das? Wie kommst... Wie machst du das? How to fuck... What? Äh... Bring mir das Ding raus. Jetzt kommst du nicht mehr raus, oder was? Oh no. Das ist jetzt passiert. Ja, dann lebt wohl. Es tut mir leid. Ich versuche die Leichen. Lebole... Schatz. Ja... Von deiner... Diese Fähigkeit... Wusste ich gar nicht, dass das hier sitzt. Aber ist okay. Immer gut. Oh. Kommst du, Kass. Mein Freund, wo bist du? Warte, mach mal kurz hier, bitte kurz. Schon dabei. Okay. Mein Gott. Aber leidig. Ja. Äh. Hier. What? Was? Wo? What? Oh no. Das ist sicher ein super duper Geheimnis. Oh shit. So blöd. Komm ich hier. Verdammt. Dann nicht. Man muss nicht alles wissen. So geheimnisig. Okay. Okay, das kann ich nicht. Hm. 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 Da nehm ich halt. Was soll's. Liesl. Das ist anderes. Bisschen, bisschen krass. Hm. Mani. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Oh, jählemenge Automaten noch. What is? Let's. ich muss die ganze an der richtung sehr gut sehr gut Ich bin in Tausende Ich kann schon ein Hardmerkeck die da unten Warte 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 Möge Warte Warte Na Entspan Ich muss hier gar nicht hin, trotzdem gehe ich, oh shit, ich bin so etwas verdammt. Bitte sehr. Schön. Ich bin so etwas verdammt. Ha, 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 ha. Er explodiert, mein Mann. Ich schläg dich um. Nein, tuhst du? Vielleicht. Dankeschön. Dankeschön. Meine Mutter ist nicht hier. Ich bin so neugierig. Was? Musik ist aus. Alles erledigt. Doch. Ne, gräutsch ich dir noch. Gefangen von Männern. Benutzt um zu zähmen den Bock in den Bronco. Oh, zum Hinkappen bin ich gerade. Ich lasse das nicht ganz woanders. Gut, wir arbeiten schon mal vor. Guck mal hier. Eine Dame mit Sinn für Bärte. Das gefällt mir. Ich bin zurückgegangen. Warte, 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 warte. Okay. Wenigstens wissen wir, was hier ist. Gut zu wissen, dass wir den ganzen Weg wahrscheinlich ohnehin wieder zurückgehen müssen. Kommst du raus, steht da großartig. Mal sehen, was wir hier noch haben. Sachen, die ich hier nicht kaufe. Tausend Dinge, die ich nicht gefunden habe. Wunderbaaar. So, dann gib mir jetzt für halt den Mann. Pistole, Panzerfaust, Maschine. Yeah. Okay. War hier noch was? Ja. Danke. Die Kiliprot oder Schrotflinte? Ja. Ein geschützt Burst Gun. Was mache ich denn noch? Panzerfaust, oder? Die Tempo. Burst Gun nicht. Ja, ich bin weg von dem Geld. Weg von mir. Und dann, und dann, und dann, und dann. Das war der Zeug der Revolver. Und das ist, habe ich gekauft. Äh, gekauft. Hier habe ich auch. Da habe ich ja auch. Kann ich auch. Oh, Panzerfaustschaden. Wunderbaaar, 900 haben wir noch. Okay. gekauft. Exzellent! Wollen wir sie nochmal nachsehen. Ähm... Warte mal, Position? Sicher ist sicher. Okay! Hinter diesem Tor liegt kaum Stockhaus. I know. Die steht großartig. Ich muss davon anfangen an, dass wir hierher gehen. Hier liegt doch noch ne Leiche, Liesl. Was ist da? I must get it. Ja, dann betreten wir das, hoffentlich. Lady Comstock, wir reißen, Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. So gut, dann äh... Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Tja. Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elisabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Ich war doch gerade dort! Ich durfte nicht vorher hingehen. Müssen wir die Hand abschneiden? Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.